hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei fargrei 3 ja in der letzten folge wir haben wir haben war es endlich getötet und wir haben immer noch ein gegner und zwar war es war nicht alleine hatte ein boss und das war heute und den müssen wir uns auch noch kümmern so wir haben eine mission und zwar haben wir die mission wir müssen zu drs haus und wir sind ganz da unten also das heißt wir machen eine schnellreise da fahren wir jetzt nicht hin so ok dann müssen nämlich mit unseren freunden reden so und das immer mal hier kurz rein munition auffüllen wir wollen schrott verkaufen machen auch und stopp wir werden wir unseren panzer auf auf ruschen ok und das war es soll dann gehen wir mal zu unseren freunden wie waren dass das war höhle 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 waren da ist höhlen eingangs ich trinke mal einen schluck kaffee alles gut gut das boot ist fast fertig wir können bald heim ich komm nicht mit was was redest du denn da ich habe meinen platz gefunden hier auf dieser insel jason ist das dein ernst ich will nur verstehen was hier läuft zum ersten mal weiß ich genau was ich will das werde ich nicht so einfach loslassen du bist jetzt erwachsen darauf habe ich so lange gewartet und nun verletzt du mich mach's gut lisa lisa lass ihn gehen ja da will chasen als auf der insel bleiben naja mir juckt die nase im moment das kannst du am besten so war gerade mein dieser ich hoffe ihr habt es nicht gehört so ja jason ist so verknallt in die citra das war hart hart als ich gedacht habe fliege nach süden zu agent willis nach süden wo ist der agent willis da haben wir noch eine quest wo müssen wir denn jetzt hin nach süden da haben wir noch einen ziemlich großen teil der karte nicht aufgedeckt da haben wir noch ein pfad des jägers aufgabe und eine übergabe aufgabe sollte man eigentlich mal machen es ist natürlich die frage es soll nach süden also nach unten da naja kommen wir gehen jetzt nein wir machen das erste mal erst mal noch die anderen aufgaben wo man zu agent willis gehen werden noch diese jäger aufgabe machen diese tod aufgabe so sieht es nämlich aus das ist das erste und das ist das zweite so na dann auf geht's halt ist das juhu wir nehmen uns das bunt hier entschuldigung ich weiß gar nicht ob wir noch hei auf ja da wollen wir hin und das machen wir so Los geht's. Aus dem Weg davon, aus dem Weg, aus dem Weg. Oh, wir schlagen uns ganz gut, muss ich sagen, oder? So, dann haben wir die Oren. Ja, komm, jetzt stell dich mal nicht so an. So, wir sind jetzt wo? Wir sind hier unten, wir gehen jetzt hier hin. Ja, Agent Welles machen wir ja. Das ist eine Straße, so, wenn wir die Obel haben. So, dann müssen wir abbiegen. Nein, das bin ich jetzt auch nicht. Gut. Entschuldigung. Da kommen wir laufen, das restliche Stück. Die paar Meter hier. So, hallo, jemand zu Hause? Ein seltener schwarzer Panther hat einen Jäger getötet. Jage ihn am Ziehort mit dem gestellten Bogen. Okay. Na dann, gehen wir auf Pantherjagd. Ich hasse Panther. Ich hasse Panther. den seltenen schwarzen schwarzer panda muss doch schon hier auffallen irgendwie oder da unten passen hat ja noch andere planter hier ich habe gerade eben gesehen da ist ja ja da ist so ein kackwurst okay jetzt muss man aber genau aufpassen hat uns ja ganz schön bearbeitet kurz eine erhöhte position wäre nicht schlecht ist er nicht ist er nicht ein fels na wo bist du komm raus ich höre dich doch da alter das war hart wir können das herstellen wir können herstellen eine spritzentasche die erweiterte spritzentasche jawohl okay jetzt haben wir ja dann bald alles gut dann auf geht's zu retten werden es älter will es war hier ist aber nicht süden gucken wir doch mal heute hatten es fast wieder getötet ich habe lange nichts mehr gehört von dir dachte du wolltest weg hier nein ich bleibe hier ich nicht die russland operation ist aufgeflogen ich schließe mich der task force one for one an und bin raus war sehr schön mit dir danke ach bevor du gehst du musst mir einen gefallen tun hilf mir heute zu erledigen das geht nicht wäre leichter ein weiter an einem samurana zu finden aber probiere es ich hatte meinen agenten da drüben er lebt noch glaube ich kannst du mir helfen hinzukommen auf meinem weg fliege ich über holz insel wenn du mit willst ich schicke die koordinaten perfekt ich werde da sein das flugzeug hebt gleich ab ob du da bist oder nicht okay da flug nach süden das werden wir in der nächsten folge nein müssen wir jetzt machen ja dann mal los ich hasse es nur zeit um zu arbeiten es ist wirklich Kacke. Die müssen irgendwie da rüber. Jetzt wieder kein Boot, wenn er dann aufgeht auf Schwimmen. Und Gas geben. Ich mach querfeld ein jetzt, egal, wir müssen uns beilen, sonst kommt man nie auf Holzinsel. Warum steht hier kein Auto rum? Warum stehen immer Autos rum überall? Mann, Mann, Mann. Ein bisschen zu weit weg vom Mikro. Gehen wir näher ran. Was ist da? Los, los, los. Das ist kaputt, das Auto. Lass mich in Ruhe. Los, los. Hopp. Jason, ist P.A. Alamo hier? Die Piraten haben mich umstellt. Komm schnell! Scheiße. Naja. Gut. Ich nehme an, unser Zeitdruck ist vorüber. Ein bisschen zumindest. Und in der nächsten Folge werden auf jeden Fall Willis retten. Jason, ist P.A. Alamo hier? Piraten haben mich umstellt. Komm schnell! Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Genau. So, jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. 2